Die German Comic Con kommt wieder in die Westfalenhalle in Dortmund, triff über 30 Hollywood- und Serienstars, Comiczeichner und Cosplayer. Hier ist für jedes Fandom etwas dabei, alle deine Helden zum Anfassen. Hol die Autogramme, lass dich mit deinen Lieblingsstars fotografieren, deck dich ein mit tollen Weihnachtsgeschenken. Sei dabei, wenn die German Comic Con vom 9. bis 10. Dezember zum dritten Mal in Dortmund ihre Tore öffnet. Hol dir jetzt dein Ticket im Onlineshop unter www.germancomicon.com. Bis zum nächsten Mal.